Hallo und herzlich willkommen hier in der zweiten Folge hier bei LS19, Karte Ingo und Thüring. V3 kann man kurz sagen. Version 01 ist richtig bezeichnet dafür. Feiert los und ruft die die Wahlen von der Visa ab. Ich glaube jetzt irgendwie hinbekommt man 60 FPS. Frag mir nicht wie das Ganze so funktioniert. Ich musste erst Aufnahmeprogramm und Anrechner beenden. Das Spiel komplett neu starten. Neu gestartet. Zeig ich mir die 60 FPS an. Und dann konnte ich das Aufnahmeprogramm starten. Und jetzt bleiben die 60. Oder es schwankt halt extrem stark, aber halt mehr als 30. Was an sich schon komisch ist. Weil ich ja mit dergleichen nichts eingestellt habe. Weil das kann durchaus sein, dass es da hängt. Dass der Treiber für die Grafikkarte noch nicht perfekt ist. So stelle ich mir das vor. So hier haben wir ein paar Bahnen zu liegen. Wollen wir ja sicherlich noch sicherstellen bevor wir hier noch düngen müssen. So. Aufladen. Gehen noch ein paar. Aber die müssen geholt werden bevor wir wieder hier mähen. Ne. Also. Irgendwann wäre nicht das Problem gewesen. Irgendwann wäre auch so gegangen. Aber wie gesagt. Ich möchte ja noch davor wie überhaupt weiter machen. Aber ich könnte trotzdem die geschnüchert auf Hund einstellen. Weil so viel Stress haben wir jetzt nicht mehr. Ich wollte den Kühen noch ein bisschen Stroh geben. Das heißt. Ja. Auf den Kühen direkt. Und ich wollte noch die Route einfahren. Für. Ja. Für Mischstreue. Ich hatte ja. Die dritte Folge angefangen aufzunehmen. Dann hat das Programm gestört. Das Bildschirm vom Spiegel weggenommen. Wie war das gestört. So die Aufnahme. Äh. Da es am Anfang war. 2-3 Minuten ungefähr. Äh. Mal etwas zum Anlass genommen. Mal mit der FPS zu testen. Mal mit der FPS zu testen. Sind doch gejuckt. Warum wir noch 30 sind. Obwohl ich nur 60 haben möchte. Ja. 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 Was sind Fehler in Mellow. Die kommt von äh. Von. Von. Diesen Programm. Von Zwerfer für. Ach. Sagst du das gleich. Globalen Markt. Und warum das dann kommt. Die Mellow kommt weiß ich auch nicht. Das ist ja halt Englisch. Ne. Kann ich gar nicht. Du musst dich mal googeln. Daran denke. Also wenn ihr das Spiel zu Ende ist. Denke ich gar nicht dran. Ist halt so. Doch viele Ballen hier. Ich hab vorhin festgestellt. Habt ihr sicherlich auch gesehen in den vorigen Folgen. Dass ein Ballen runtergerollt war. Vom Hank. Von nebenan. Äh. Wenn ihr da nicht Glück habt. Krieg ich den noch mit. Und wenn nicht. Muss ich den noch mal. Verliegen lassen. Silage Ballen. Die werden nicht schlecht. Das ist gut dabei. Boy Ballen. Wäre ungünstig. Oh ich krieg die auch nicht alle mit. Vier Stück. Ich krieg hier kurz mal. So. Der Anhänger ist nicht schlecht. Aber der lagert die so. Das ist ungünstig. Ne. Zwei Ballen. Das ist blöd. Hehehe. Ein Anführungszeichen. Ich werde die mal hier. Abstellen. Links von der Straße. Und die anderen Beine runternehmen. Und dann hier liegen lassen. Erstmal. Weil. Die. Ich hole ja wieder ab. Ich hab die gerade gerämpelt. Na ja. Wie gedacht. Aber die zwei. Wollte ich ihn nicht liegen lassen. Und beim nächsten Mal. Mäh ihn stören sie. Die andere hat sie aufliegen. Lass ihn zwei aufliegen. Das ist. Äh. Die hintere liegen ganz gut. Lass ich mal so. Die sollen ja für die Kühe sein. Die hintere. Zwei wäre nicht schlecht. Wenn noch zwei liegen bleiben würden. Dann wäre es gut. Dann wäre die Straße befreit. Also was klapp garantiert. So wie sie es haben will. Ja. Hab mir so gedacht. Gut. Das macht nichts. Die werden wir nicht stören. So. Die fahren wir jetzt zum Hof. Und die anderen. Zwei. Und den dritten. Von der anderen Ecke. Holen wir mal später. Na. Geht das wieder mal nicht? Na. Ja. Ich hab schon zu oft eingestellt. Interessiert. Aber das klappt ein wenig. Ob das nicht vorliegt. Im Wege. Es kann sein. Mal testen. Jetzt mal. Ja. Ja. auch nicht. Tolle Höhe? Nein. Ja. Irgendwie ist es ein bisschen matt. Ja. Ja. Nicht ideal. Mal. So. Ja. Die eine. Na ja. Wir haben ja jetzt. Äh. Zwei. Fälle mit Mais. Das heißt. Aber auch. Dass wir zwei Silus vollkriegen könnten. hin. Ich will aber erst mit Mitte anfangen. Na. Ja. Hier sind. 41, 42. Und ich wollte den. Äh. Ja. Die Fahrzeuge rechts. Die sollen woanders hin. Aber ich weiß aktuell noch nicht wo. Flüge. Gefällt mir hier auch nicht. Mit dem Kuhstall muss ich fahren. Und dann links in den Stall. Muss ich mal schauen. Die wollte ich auch nicht mehr liegen lassen. Und äh. Sie brauchen ja zwei Tage zum. Äh. Zum Gären. Junge. C. Okay. Dann wollte ich noch Stroh. So. Äh. Wir können ein bisschen dichter ran fahren. Wir können ein bisschen dichter ran fahren. So. 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 Und. Hier liegen sie ganz gut. Das ist jetzt. Da. Mu. Das Stroh. So wie alle. Äh. Äh. Ich fahr da nicht gegen. Junge. Fahr da nicht gegen. Cooler Traktor mitzubeleben. Das muss ich auch noch wegstellen hier. Aber wie gesagt. Ich wollte ja gleich mal. Schauen. Hier rechts wollte ich hier an der Ziele freilassen. Also für. Ja. So. Schaut man so. Ne. Ist ja nichts. Äh. Für ewig. Ich wollte ja noch. Äh. Den Anhalt. Ein Anhänger wegfahren. Und dann wollte ich. Oh. Da muss ich einen Kurs einfahren. Da muss ich wegfahren. Nützt alles nichts. Das stört hier. Das. Das kann nicht bleiben. Da muss alles weg. Nicht bei der BGH was einfahren. Und dann muss ich freie Fahrt haben. Äh. Ja. Gut. Der soll ja. Kann ja da wieder hin. Ne. Da ist der Platz. Und da könnte er auch der andere Anhänger hin. Gut. Das machen wir so. Und der. Ja. Wahrscheinlich verkaufen. Ne. Okay. Denn da ist nämlich jetzt Platz. Die Holzfräse. Gut. Kann ich auch woanders hin stellen. Ein bisschen Geschick kriege ich genau zwei große. Äh. Geradeaus zu rein. Denn ich brauche hier einen Platz. Zeit. Neun. Also fast drei normalerweise. Fast. Aber drei wird schwierig. Bei meiner Fahrgrund auf jeden Fall. scootern. Ich glaube, durst. ja nächste woche meldet er sogar ein bisschen schnee also die möglichkeit ist da wo sie geahnt haben ja bitte darauf jetzt man hier ist ja in österreich winterreifen pflicht da jetzt haben wir mich jetzt mal gestärkten wird es schlecht für mich wie gesagt wenn er alles in ordnung ist da konnte ich keine wenn du doch mal was hast dann ist scheiße deutsch zu den vier anhängern auch dahin und den das ist ja für diesel den krieg hier auch rein denn hier geht beim es kann sein dass der anhänger auch hätte genommen also das ist nur ein punkt wir waren richtig da kann man dann machen wir uns gerne weiß nicht ob ich jetzt vor wie kühle fahren werde ab und zu mal wird ein paar kälber fahren und zwar wenn ich hier männliche kälber habe die kommen über einen anderen stahl und dann werden da entsprechend gemästet heule so ich glaube ein arme war zu salzig ich kochte mir am wochenende vor für die woche da ich ganz gerne warm esse und dosenfutter an sich wir haben mal einzelne aber auf dauer ist auch nix hin und wieder mal wir sind kochen keine lust habe oder man schnell gehen soll wo das vorgekochte alle ist kann auch sein dass ich ja nie extra kochen will in der woche für mehrere stunden also das möchte ich auch nicht machen mehr so eine hallen wäre gut gewesen und durch verhalten wir haben die fehlen irgendwie mit dem blauen und dessen nach rechts fahren könnte weil hier noch ein platz perfekt muss ja nicht sein das sieht ganz gut aus wenn es ordentlich täten ich habe ja nun jetzt ein pro video gemacht für für den kleinen vorspann und paar sekunden ist aber noch nicht ganz fertig oder muss sein das gefällt mir auch nicht hundertprozentig wenn man da hinkriege wenn ich mein logo reinkriege zum beispiel wäre noch eine option ansonsten ist schon ganz schick geworden aber halt für thüringen für die marsch passt das auch noch einigermaßen aber für kettler und kopf wird auch nicht so passen rein optisch gesehen wo das thema ist ja nicht muss sich mal schauen denn den platz brauche ich für fürs fahren der fahrzeuge zum abladen misst deswegen müssen die anhänger eigentlich überall untergebracht werden sowie die flüge auch und die seemaschinen die hätte ich auch hier stellen können so der lkw kann er jetzt hat er hat er was habe ich denn hier ist gefahren ach hier das andere ding hier dieses sonnenblumengebiss der fan traktor mit den braunen anhänger der schon unterwegs muss ich nur noch mal wieder aktivieren hab den jahr schon mal gefahren aber da ist mir das spiel nicht abgestürzt aber das hat sich das andere die andere meldung vom fehler von irgendwo mit global markt da war irgendwas gewesen weiß nicht genau was aber irgendwas war so so die stelle hier so rein so so genau speichern ist gut 16 minuten ja das ist auch schon heute gewesen sein auch die zeit abgelaufen aber schön dank fürs reinschauen und vielen dank für alle die mal eingeführt haben und auch mal gleich dran und und für viele neue abonnenten ich danke vielmals dafür